Herzlich willkommen bei VideoWissen. Zum DLR-Astro-Seminar mit dem Thema Magnetfilter im Kosmos kommt hier die Fragerunde zum Vortrag von Karl-Heinz Glasmeier von der TU Braunschweig. Sein Vortrag hieß, die Magnetosphären der Planeten. Viel Spaß. Ich wiederhole die Frage, vielleicht die Beantwortung. Also die Frage ist, was ist so, wir haben einerseits das normale Wasser, das war meine Analogie, im Sonnenwind haben wir natürlich auch ein strömendes Medium. Wir haben aber gleichzeitig auch das photonische Feld, wie Sie gesagt haben, also das Magnetfeld und das elektromagnetische Feld. Und die Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, wann spielt das elektromagnetische Feld eine Rolle? Und meine Antwort wäre sofort. Sie haben in einem Plasma mit seinen ionisierten, mit seinen Ionen und Elektronen, spielt das elektromagnetische Feld sofort eine Rolle, weil natürlich die elektrisch geladenen Teilchen sofort an das Magnetfeld auch gebunden sind. Sie fangen an zu gerieren, also das spielt sofort eine Rolle. Das ist ganz wichtig und das führt ja auch dazu, dass Sie eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit haben. Auch die hat ihre Auswirkungen. Also das photonische Feld können Sie nicht trennen von dem Materiefeld, deswegen sprechen wir auch nicht von Hydrodynamik, sondern von Magnetohydrodynamik. Wenn Sie sich das anschauen, sind die beiden Felder ganz eng miteinander gekoppelt. Also ist es nicht der Strahlungsdruck? Also die Frage ist, ist der Staudruck, wäre der richtige Begriff, ist der Staudruck des Sonnenwindes in der Lage, jetzt die Bahn der Planeten und der Körper auch zu verändern? Im Prinzip ja, aber wie bei Radio Yerivan, im Prinzip ja, aber der Effekt ist sehr klein. Sie müssen schon über sehr, sehr lange Zeiträume das aufintegrieren. Also Sie können sich überlegen, wenn Sie einen Staudruck haben von 10 hoch minus 9 Pascal, was das für Auswirkungen hat auf die Impulsbilanz des Mondes zum Beispiel oder der Erde. Aber im Prinzip, das ist so eine typische Frage, die man in der Klausur stellen kann oder in der Prüfung zum Beispiel, weil dann die Prüflinge müssen da mal hingehen, ein bisschen rechnen. Das sind so typische Fragen, die man stellen kann. Gute Frage, ja. Also die Frage ist, wann möchte die NASA oder wann möchte wer auch immer eine Eisbohrung auf Ganymede oder auf Europa zum Beispiel machen? Och, das ist so wie mit der Fusionsforschung. Man sagt in 50 Jahren. Das hat man aber vor 50 Jahren auch schon gesagt. Ich würde mal sagen, realistisch wird das bestimmt noch 30 bis 40 Jahre dauern. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wird man es finanzieren können? Also es ist natürlich die Frage der Technik, ist es überhaupt machbar? Und dann natürlich die Frage der Finanzierbarkeit. Und also ich würde sagen, es ist nett, da in die Richtung mal zu arbeiten. Es gibt ja auch geförderte Projekte in solche Richtungen. Aber man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass das in 20 Jahren der Fall ist. 50 Jahre ist immer gut. 50 Jahre ist immer gut, ja. Also es ist sicherlich auch eine Frage, wie ist es mit der Energieversorgung? Wenn Sie dort bohren wollen oder wenn Sie so ein Eismole haben, wo Sie dann meinen, Sie können das Wassereis aufschmelzen, dann brauchen Sie Energie. Und wo kommt die Energie her? Und ich würde mal sagen, ohne nukleare Energie bekommen Sie das nicht hin. Und das ist natürlich etwas, was in Europa im Moment völlig undenkbar ist, aber Dinge können sich ändern. Deswegen sind es wahrscheinlich eher die Amerikaner oder die Chinesen, die in so eine Richtung was machen können. Also ohne nuklear erzeugte Energie haben Sie keine Chance, meiner Meinung nach, da etwas zu machen. Also die Frage ist, ob die Umpolung des Erdmagnetfeldes, ob es so etwas Ähnliches auch bei den anderen Planeten im Prinzip gibt. Das ist natürlich ein intrinsischer Prozess in dem Dynamo-Prozess. Der ist chaotisch. Sie können, das hat Herr Matzka ja auch gesagt, im Mittel sagen, wenn Sie die letzten zehn Millionen Jahre nehmen, dann können Sie sagen, alle drei, 400.000 Jahre hat so eine Umpolung stattgefunden. Die letzte war ja vor 780.000 Jahren. Und weil das so lange her ist, gibt es jetzt viele Kollegen und Kolleginnen, die sagen, naja, es müsste bald mal wieder kommen. Wir sehen eine Abschwächung des Feldes im Moment, aber das ist normalerweise ein Zeichen für eine so eine Umpolung. Aber ich bin da sehr skeptisch und sehr zurückhaltend. Das ist natürlich so, wenn man da unvorsichtig ist, dann steht man am anderen Tag in der Bild-Zeitung. Sie haben gesehen, das Magnetfeld hat auch eine Bedeutung für den Schutz der Atmosphäre vor dem Sonnenwind. Wenn jetzt zum Beispiel während einer Umpolung das Erdmagnetfeld kollabiert, dann könnte man meinen, dass die Erde schutzlos ist. Das ist aber nicht so. Ich habe sehr umfangreiche Untersuchungen dazu gemacht und man kommt nicht näher als drei, vier Erdradien heran, selbst während einer Zeit der Umpolung. Interessanter ist dann aber die nächste Frage, wie sieht es mit den sogenannten Säkularvariationen anderer Planeten aus? Da gibt es so ganz vorsichtige Hinweise, aber auch nicht richtig belastbar. Das ist natürlich interessant jetzt bei Merkur zum Beispiel. Die erste Vermessung des Magnetfeldes des Merkurs stammt aus dem Jahre 1974. Dann haben wir die Messenger-Mission der NASA gehabt, die ist jetzt sieben, acht Jahre vorbei. Jetzt sind wir auf dem Wege mit Bibi Colombo zum Merkur. Das ist natürlich eine Zeitspanne von 50 Jahren. Da könnte man und muss man sehr genau hinschauen, hat sich eventuell das Magnetfeld des Merkurs verändert? Wir sprechen dann aber von säkularen Variationen. Bei der Erde sind diese säkularen Variationen allgegenwärtig. Ich weiß zum Beispiel die Deklination, die Missweisung in Braunschweig, die betrug um 1800 ungefähr 18 Grad. Heute ist sie bei 0 Grad. Das ist sozusagen in diesen mehr als 200 Jahren eine Veränderung des Feldes. Das wäre eine säkulare Variation. Aber es gibt immer wieder so, ach jetzt, ich habe bei Saturn wieder was gelesen, dass einer meint, da wäre eine säkulare Variation. Aber dann gibt es immer gleich Gehacke in der Community. Weil es natürlich so ist, wenn sie wirklich nachweisen können, dass der Merkur eine säkulare Magnetfeld-Variation hat, dann haben sie richtig was gefunden. Dann haben sie wirklich was gefunden. Und dann gibt es natürlich immer dann natürlich wieder Leute, ich sage ganz ehrlich, die Nein haben das dann vielleicht. Und dann wird das in Zweifel gezogen. Also die Antwort ist, nein, wir haben keine Hinweise darauf. Sie haben wirklich recht, wir haben wirklich, ich glaube die Erde ist ein ganz besonderer Ort, weil er wahrscheinlich, also im Sonnensystem mit Sicherheit der einzige Ort ist, der habitabel ist. Weil wir ein Magnetfeld haben, das hält uns den Sonnenwind vom Hals. Wir haben eine Atmosphäre. Diese Atmosphäre hält uns natürlich andere hochenergetische Teilchen auch vom Hals. Es gibt ja noch kosmische Strahlung, die kümmert sich um das Erdmagnetfeld nicht, weil das Erdmagnetfeld so schwach ist. Und die dringt in die Atmosphäre ein. Aber da sehen Sie auch, je näher Sie am Boden sind, desto ringer ist der Strahlungseffekt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Transatlantikflug machen, dann spielen die kosmische Strahlung eine Rolle. Da haben Sie eine Strahlenbelastung. Und Prozesse, wo man jetzt vielleicht Röntgenstrahlung erzeugt, die würden in der Atmosphäre auch alle verpuffen. Ich glaube, wir haben schon eine sehr einzigartige Situation hier. Und auch von den Druckverhältnissen zum Beispiel. Das ist schon eine absolut einzigartige Situation. Wir sind sicherlich nicht der einzige Ort im Universum, wo man dieses Glück hatte. Es gibt sicherlich noch irgendwelche anderen Geburtstagskinder, die sich über die entsprechende Ausstattung eines habitablen Körpers freuen können. Aber das ist schon einzigartig. Es ist eine ganz besondere Kombination. Und das wird auch, und das vielleicht auch noch mal, ich werde immer gefragt, wofür machen wir das? Was kann man damit an Geld verdienen? Und dann sage ich immer, ja, Geld verdienen ist ja gut. Irgendwie kann man das auch. Aber wichtig ist, dass wir uns selber bewusst machen, in welcher Situation wir uns befinden. Und das heißt auch, die Planeten zu untersuchen, die Wechselwirkungsprozesse zu verstehen, und dann eben zum Beispiel herauszufinden, dass die Erde was ganz einzigartiges ist. Das ist doch Begründung genug, finde ich jedenfalls. Und ich weiß sie auch, aber... Also Mars und Venus sind interessant, weil sie beide kein starkes Magnetfeld haben. Also Venus hat keins. Mars hat so Flecken, so Anomalien, magnetische Anomalien. Aber ansonsten haben beide Körper eine Atmosphäre. Und da ist die Wechselwirkung, ja, ich sage mal, durchaus ein bisschen vergleichbar mit der eines Kometen. Natürlich der Komet gasst deutlich stärker aus, als meint halben die Marsatmosphäre. Aber da haben sie auch eine direkte Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Atmosphäre. Und das führt auch zu solchen Pickup-Prozessen, zu Modifikationen des Flows und so weiter. Ja, und auf der Marsoberfläche leben, naja, da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu. Wissenschaftlich klar möchten wir dahin. Wir möchten Ground Truths haben. Aber wenn jetzt einer meint, hier Elon Musk zum Beispiel, der jetzt gerade 14.000 Leute entlässt, weil seine Firma pleite geht, der hat ja schon sein Auto in einer Mars-Umlaufbahn. Und der träumt natürlich auch davon, und da gibt es auch viele andere Träumer, die möchten gerne ganze Städte auf dem Mars aufbauen. Der Mars, die zweite Erde. Der Mars ist unsere Rettung. Wir können mit diesem Planeten ruhig machen, was wir weitermachen wollen. Wir können ja auf dem Mars demnächst siedeln. Das ist natürlich in meinen Augen Quatsch. Ich finde, es gibt so einen Ausspruch eines US-Präsidenten, der kritisiert wurde vom New Yorker Bürgermeister. Und da hat der US-Präsident zu dem Bürgermeister gesagt, ich glaube es war Ralf Giuliani, first fix your own state and then criticize me. Das sollten wir machen. Wir sollten erstmal die Erde in den Griff bekommen, mit dem Wissen, was wir auch aus der Planetologie herausholen können. Interessant ist zum Beispiel zu verstehen, wie die Marsatmosphäre funktioniert. Wir haben tolle Modelle für das Funktionieren der Erdatmosphäre, aber die kann man jetzt ja übertragen auf den Mars und kann die kalibrieren sozusagen. Sie wollen natürlich immer eine vergleichende Planetologie machen. Nur dann, wenn sie vergleichen können, das haben sie bei mir auch gemerkt, ich habe immer versucht, die verschiedenen Prozesse an verschiedenen Orten zu vergleichen. Erst wenn sie vergleichende Forschung machen können, dann machen sie echte Wissenschaft, weil sie nur dann Dinge auch falsifizieren können. Also träumen darf man, aber die ganzen Schlafwandler, die da unterwegs sind, die sollte man argwöhnisch beobachten. Ja, die Frage ist, bringt mich jetzt, bringt uns, sag ich mal, nicht mich, unsere Community in Verlegenheit. Die Frage ist, wir hatten vor einigen Wochen einen Kometen, den man am Nachthimmel sehen konnte und er war richtig gut sichtbar, ist auch von ihnen fotografiert worden und da sieht man Strahlenstrukturen da drin. Und es gibt, ja, und das verstehen wir nicht. Das verstehen wir nicht. Also da gibt es natürlich theoretische Überlegungen, was das sein könnte, was die Strukturierung dieser kometaren Wechselwirkungsregion angeht. Wir verstehen den Schweif, aber viele Strukturen in dem Schweif und in der Koma selber, die verstehen wir nicht. Das ist aber eigentlich ein Argument für unsere Funding Agencies. Wir müssen da nämlich nochmal wieder hin. Und wir brauchen eigentlich eine Mission im Umlauf um einen Kometenkern und am besten mit zwei, drei Raumkörpern, dann könnten wir solche Strukturen untersuchen und ihre Physik auch verstehen. Aber wir wissen es nicht. Aber ist doch auch gut, ne? Die jungen Leute können auch noch was machen in 30 Jahren. Ja, die Frage ist, welche Rolle spielt die kosmische Strahlung mit ihren sehr geringen Flüssen im Vergleich zu der solaren Strahlung, Partikelstrahlung, die zu uns runterkommt. Ja, es kommt glaube ich im Wesentlichen auf die Energie an, nicht so sehr auf die Menge. Wenn Sie ein MEV-Teilchen nehmen und das trifft Ihr Handgelenk, dann richtet das mehr Schaden potenziell an, als wenn Sie 500 EV-Teilchen auf Ihre Handoberfläche schicken. Also es kommt immer auf die, wenn man jetzt die biogene Aktivität andenkt, kommt es immer auf die Energie, würde ich sagen, an. Und selbst wenn die, wenn die Flüsse sehr gering ist, wir sehen ja, wir haben ja an der Erdoberfläche eine durchaus signifikante Strahlung, ich habe jetzt keinen konkreten Wert im Kopf, die natürlich zum Teil auf die kosmische Strahlung zurückgeht, zum Teil natürlich auch durch radioaktive Elemente, die wir in unseren Gebirgen haben, Uranvorkommen gibt es, also da strahlt es überall. Aber die kosmische Strahlung ist durchaus, insbesondere für den Flugverkehr. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Lufthansa sehr umfangreiche Untersuchungen hat machen lassen, im Zusammenhang mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Die haben also in ihren Transatlantikflügen und Transpazifikflügen, haben die also Messkoffer mitfliegen lassen und haben einfach mal registriert, wie hoch ist die Strahlenbelastung. Also aus, natürlich erst mal spielt da das eine Rolle für das fliegende Personal. Und dann geht man heute, soweit ich weiß, auch hin und weiß, was da an Strahlung, kosmische Strahlung, in 10.000 Metern Höhe ankommt und richtet, wenn ich recht informiert bin, auch zum Teil die Einsatzpläne aus. Damit man mal eine Südroute oder eine Nordroute, nicht, je weiter nördlich sie fliegen, desto schlimmer ist das mit der Strahlenbelastung. Also da ist der extraterrestrische Einfluss durchaus signifikant und sollte auch beachtet werden. Also die Frage ist, ob der Sonnenwind innerhalb des Sonnensystems bleibt oder darüber hinaus geht. Und das ist eine wunderschöne Frage, weil es mich jetzt dazu verführt, ich könnte das Thema nochmal wieder neu aufmachen, der Sonnenwind geht raus und wird Teil des interstellaren Mediums. Und um die Sonne herum mit ihrem abströmenden Sonnenwind bildet sich etwas, das nennen wir Heliosphäre. Das ist dann die Wechselwirkungsregion zwischen der Sonne und dem Sonnenwind und dem umgebenden interstellaren Medium. Und dann sind Sie schon beim nächsten Objekt. Dann ist das Objekt keine Entung und auch kein Planet und kein Komet, sondern es ist dann der Sonnenwind, der ja mit seinem Sonnenwind auch, ne, dann ist es die Sonne mit ihrem Sonnenwind, die ja sozusagen auch ausgast. Und dann bildet sich eine Heliosphäre. Und Sie können jetzt so gleich weitermachen, wenn Sie jetzt eine Galaxie sich haben. Sie nehmen M31. M31 bildet auch eine Galaktosphäre aus, weil natürlich M31 auch ein Objekt ist für jede andere Galaxie. Und die befindet sich im intergalaktischen Medium und da gibt es dann natürlich auch Umströmungsprozesse. Insofern sind diese physikalischen Prozesse, die wir hier im Sonnensystem untersuchen können, natürlich von höchstem Interesse für eine vergleichende astrophysikalische Betrachtung. Also die Heliosphäre ist dann das nächstgrößere System, was man sich anschauen kann. Also die Voyager, so eine von beiden ist mit Sicherheit außerhalb der Heliosphäre. Eine ist mit Sicherheit, ich weiß jetzt nicht, ob es eins oder zwei ist. Und was richtig gut noch funktioniert hat, sind eigentlich die Magnetometer. Und da sieht man Strukturen in den Magnetometern oder in dem Magnetometer, wo man meint, man ist eventuell durch eine Bugstoßwelle geflogen, das wäre dann so etwas wie die Bugstoßwelle der Heliosphäre. Aber mittlerweile gibt auch Voyager langsam seinen Geist auf und es nimmt langsam ab. Also was hier interessant wäre, wäre wirklich eine interstellare Mission zu machen. Also wirklich ein dezidiertes Raumfahrzeug zu machen, da muss natürlich ein Magnetometer drauf. Ich darf hier pro domo reden, da müssen natürlich Teilchenmessinstrumente drauf. Und man muss sich genau überlegen, da kommen dann wieder die theoretischen Überlegungen rein, wie muss die Instrumentierung aussehen. Und dann ist so die Frage, lassen wir das Ding doch einfach mal 200 astronomische Einheiten nach draußen fliegen und gucken mal an, wie diese Heliosphäre wirklich aussieht und das auch von außen mal da drauf zu schauen. Aber das ist natürlich auch etwas, mit den heutigen Geschwindigkeiten, selbst mit einem Ionenantrieb, würde man sagen, wir sehen vielleicht eher den Halleischen Kometen, als dass so eine Sonde im interstellaren Medium ankommt. Aber das ist schon sehr spannend, so etwas zu machen.